Klettern. Fußball. James Blake. Bach. Wirklich, ich höre so unterschiedliche Sachen, aber wenn ich eins nennen sollte, dann wäre es Bach. Ich wollte auch da oben stehen. Ich habe gedacht, ich wäre besser als die anderen. Kino. Keine Präferenzen. Ich liebe es, ins Kino zu gehen. Geilen Albtraum. Albtraum, scheiße. Supergeil. Supergeil, ja. Alter, Gott, die Stadt macht mich fertig. Sehnsuchtsort, zu Hause, auch nicht. Berlin ist alles. Ja, das ist alles. Von Scheiße ist schön. Oder wie schon Ringelnatt sagte, Berlin muss man visionär genießen. Kurzum. Ja, das ist alles. Musik. Ja, das ist alles. Ja, das ist alles. Ja Das ist alles. Vielen Dank.